Hi Leute, hier ist wieder John Klar. Alles klar bei euch? Wahrscheinlich nicht. Egal. Also, heute geht es um das Thema fremdgesteuert. Fremdgesteuert sind wir alle manchmal. Meistens durch Manipulation, oft heutzutage auch durch direkte Gehirnwäsche oder durch Hypnoseformen, die eben über Bildschirme und Diverses verbreitet werden, auch über Geräusche, über Radio und so weiter. Wir werden massiv manipuliert und unter ständigem Angstdruck gehalten. Das ist Teil unseres Systems, in dem wir momentan leben. Das heißt, unseres Systems, des Systems, das die Elite im Prinzip etabliert hat. Ja, also wir sind es halt auch von Grund auf gewohnt, hundfrei zu sein. Ich bin ja schon als Kind beigebracht, dass wir immer auf unsere Eltern hören müssen, was in manchen Fällen auch gut ist, aber eben nicht in allem. Und natürlich ist unsere ganze Welt auch sehr subtil militarisiert worden. Ja, zum Beispiel Videospiele und diverse Filme sind eigentlich alle militärisch in irgendeiner Form. Es geht immer um Kriminelle, es geht um Straftaten, es geht um Mord und so weiter. Das ist natürlich auch klar, weil es passiert ja auch viel in der Welt nur. Es ist vielleicht auch nicht richtig, den Fokus immer wieder nur darauf zu lenken. Ja, also so sind wir es halt schon gewohnt, unfrei zu sein. Wir kriegen dann halt als Kind schon die Fantasie aberzogen, die Kreativität aberzogen. Wir sollen nur das machen, was ins Schema passt, damit wir auch gut eingeordnet und genutzt werden können von dem System, in dem wir später dann mal funktionieren sollen, damit wir als Rädchen in diesem Hamsterrad dann auch mitlaufen können. Die, die das erfolgreich schaffen, denken zunächst, dass sie damit dann tatsächlich auch was Positives erreicht haben für sich, weil das geht ihnen ja auch zunächst erstmal gut. Aber spätestens dann, wenn es beginnt zu bröckeln, was im Moment halt überall passiert, merken sie, oh, das war wohl doch nicht so gut. Und trotzdem sind sie ja darauf trainiert, in dieser Angsthaltung zu bleiben und sich von anderen fremdsteuern zu lassen, weil sie immer nach einem Führer suchen und sich nicht selbst führen können bzw. auch nie gelernt haben, von selbst, aus sich selbst heraus tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Gerade bei verantwortungsvollen Sachen, die eventuell auch schwere Entscheidungen sind, wollen die Leute am liebsten einfach, dass alle Entscheidungen für sie getroffen werden. Dabei habe ich mich auch selbst schon oft erwischt. Also die Menschen sind im Prinzip alle Erwachsene. Wobei Erwachsensein in dem Fall bedeutet, dass man einfach eine Art Roboter ist im Prinzip, ein humanoider Roboter von Geistesaufbau, der sich eben von anderen alles vorkauen lässt und das dann eben genauso nachkaut, wie die das vorgekaut haben, damit man auch genau das macht, was andere einem sagen. Und nirgendwo jemals auch nur ein kleines bisschen aneckt, weil wenn das passiert, dann ist es ja ganz schrecklich. Wohingegen ein Kind im Prinzip frei ist. Das Kind ist frei, das Kind ist unabhängig. Es verlässt sich auf sich selbst und hat eigene Ideen, die aus sich selbst heraus erwachsen zum Teil. Was eigentlich erwachsener ist als das andere, weil das andere ist eigentlich nicht Erwachsensein, sondern es ist eher Totsein, eine Maschine sein. Kindisch ist nicht das gleiche wie das Kind. Kindigkeit, also dass man kindisch ist, kommt im Prinzip daher, dass im Prinzip das innere Kind unterdrückt wird. So, und Kinder werden auch nur dann im Prinzip sehr kindisch und ausfällig und frech und machen blablabla, wenn sie sich entweder unterdrückt oder bedrängt fühlen oder wenn sie irgendein persönliches Ziel verfolgen und das eben damit durchdrücken wollen, weil der Gegenüber sie nicht so akzeptiert, wie sie sind. Wenn man mit Kindern richtig umgeht, dann kann man auf eine sehr erwachsene Art und Weise mit jedem Kind umgehen. Also im Prinzip ist das kindisch sein bei Erwachsenen auch noch viel mehr verbreitet als bei Kindern, weil gerade Erwachsene ihr inneres Kind so stark unterdrückt haben, also die sogenannten Erwachsenen, so stark alles unterdrückt haben und es auch so gelernt haben, alles zu unterdrücken, was eigentlich sie ausmacht, dass sie überhaupt gar keine andere Wahl haben, als eben mit einer gewissen kindischen Seite anderen immer wieder einen reinzuwürgen und sich gegenseitig fertig zu machen. So wie man das halt schon im Kindergarten angefangen hat. Angestachelt durch die Eltern meistens und durch den Medienrummel und Fernsehen und so weiter. Ja, und das ist halt eine ganz, ganz schwierige, vertrackte Situation, weil jetzt kommt eben noch die Komponente Faschismus hinzu und da die Leute ja auch schon solche Angst vor dem Krieg und vor Nazis und so weiter haben, vor lauter, lauter, ist es natürlich auch dann super einfach, die jetzt schon wieder zu manipulieren, so dass alle das machen, was ihnen gesagt wird, so dass sie auf gar keinen Fall was machen, was vielleicht diesem System nicht zuträglich ist. Ja, und im Moment sind unsere Politiker, beziehungsweise vor allen Dingen auch die Elite, so verzweifelt, dass die eben alles versuchen, alle Mittel versuchen, alle Register ziehen, um, ja, um eben ihre Machtposition darzustellen. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum wir jetzt diese Flüchtlingskrise haben. Die war auch schon, glaube ich, ursprünglich geplant, nicht nur von den Amerikanern, sondern von der gesamten Weltregierung, um, ja gut, vielleicht auch eine Vermischung zu erzeugen, aber im Endeffekt, um eben, damit die Regierung sich selbst rechtfertigen kann. Weil es ist ja erst seit kurzem jetzt bekannt, dass die Regierungen zum Teil rechtswidrig handeln oder zum Großteil, beziehungsweise den Menschen wird immer klarer, dass da ganz, ganz korrupte und falsche Spiele gespielt werden von ganz oben. Wir sind ja auch regiert im Prinzip gar nicht mehr von Regierungen, sondern nur noch von großen Unternehmen. Ja, und somit bleibt es denen eben, um die gesamte Welt zu beherrschen, nur noch, dass sie eben uns solche Angst machen, dass wir nur noch das machen, was wir, was die von uns wollen. Und, ja, wenn alle das mitmachen, dann funktioniert das natürlich auch hervorragend. Auch die AfD ist davon im Prinzip auch nur eine Marionette, weil eben die ganzen Menschen an sich im Prinzip immer wieder zusammenwirken, um dieses System mit am Leben zu erhalten, weil sie nie was anderes gelernt haben. Sie können eigentlich gar nicht anders. Im Prinzip habt ihr gar keine andere Wahl, weil ihr immer wieder versucht, im Prinzip was zu ändern, indem ihr das Gleiche mit anderem Namen wieder macht. Und das ist natürlich dann sehr vorteilhaft. Naja, auf jeden Fall lassen sich die Menschen halt einfach mal wieder in den nächsten Krieg treiben. Und der soll dann jetzt wahrscheinlich gegen die arabischen Länder geführt werden, so wie das jetzt aussieht. Im Prinzip sind wir ja auch schon im Krieg, weil, mal abgesehen davon, dass wir hier zum Teil zu viele Flüchtlinge haben, zum Teil manche Länder auch gar keine aufnehmen, also es ungleich verteilt ist. Auch in Deutschland sieht man das. Zufällig sind alle Länder, in denen sehr viele Nazis sind, wesentlich flüchtlingsärmer. als die Länder, in denen wenige Nazis sind. Das kann man auf der Karte gut sehen. Der Westerwald ist auch... Ich sag ja nichts dazu. Es ist halt... Deutschland ist immer noch sehr gespalten, könnte man sagen. Und auf jeden Fall ist es eine sehr lustige Situation, weil im Prinzip sich die Leute gegenseitig die Köpfe abreißen, und aber dabei nicht kapieren, dass im Prinzip wir gerade im Krieg sind mit Afrika und den arabischen Staaten, die bei uns eingefallen sind, also in Europa. Und aber eben nicht jetzt vielleicht in irgendeiner Form, um uns alle platt zu machen, aber schon manche, und die einen haben halt ihre Ego-Interessen, die anderen sind vielleicht sogar organisiertes Verbrechen, und das vermischt sich halt alles. Sind auch organisiert zu uns gekommen, zum Teil, und andere sind wieder wirklich Familien, die ein besseres Leben sich erhofft haben. Also es ist alles dabei, und das kann halt kaum einer begreifen, weil die alle direkt irgendwelche Stempel schon wieder aufdrücken, und die einen fahren ihren Nazi-Film, die anderen fahren ihren linken Willkommens-Film, und die noch wieder anderen, denen geht alles am Arsch vorbei. Und dann gibt es halt wieder welche, die vielleicht gehofft hatten, dass sich hier irgendwie politisch was ändert, dadurch, dass andere Leute hinkommen. Aber das Problem ist halt, die sind schlechter gebildet als wir. Das heißt, die sind auch manipulierbar. Jeder Mensch ist manipulierbar, und das ist halt das Problem. Im Endeffekt. Ja, jedenfalls ist das halt alles auch ein wunderbares Chaos, unter dessen Deckmantel man dann eben schön langsam und heimklammlich eben alles durchdrücken kann, was man noch braucht, um den absoluten Faschismus zu machen, und das ist das, was jetzt gerade passiert. Und davor möchte ich euch jetzt warnen, noch einmal. Natürlich gibt es alle möglichen Mittel und Wege, wie man sich da auch gegen zu weh ersetzen kann, zum Beispiel, indem man nicht das Spiel mitspielt, ja. Nur wenn jemand mit euch Schach spielen will, müsst ihr ja nicht mit ihm spielen. Wenn euch das Spiel nicht gefällt, dann spielt halt was anderes oder gar nichts. Oder wenn der Typ euch nicht gefällt, dann spielt halt nicht mit dem und fertig. Ja, das ist im Prinzip wie im Kindergarten, nur dass ihr jetzt die Wahl habt, jederzeit rauszugehen. Ihr braucht nicht auf eure Kindergärtnerinnen zu hören, und ihr dürft jederzeit irgendwo anders hingehen und frei spielen. Ihr dürft auch da bleiben, wo ihr seid, und da spielen. Aber das hat halt die Konsequenz, dass ihr, wenn ihr da bleibt, eventuell Probleme mit den Kindergärtnern kriegt. Aber ihr habt jetzt die Wahl, jederzeit von euren Kindergärtnern wegzugehen. Und das ist der Unterschied. Allerdings weiß ich nicht, was das bringen soll. Ich bin der Meinung, wir sollten vielleicht die Kindergärtner einfach mal fesseln und denen mal sagen, was wir von denen wollen. Ne? Soviel zum Thema, jetzt ist Schluss mit dem Kindergarten. Ja. Und was ich noch erwähnen wollte, sie haben uns aber gleichzeitig, obwohl sie uns unsere Fantasie annehmen wollten und uns vorschreiben wollen, was wir zu denken und zu fantasieren haben, gleichzeitig dumm und kindisch gehalten, mit Absicht, auch durch Propaganda, damit eben unsere Generation, sage ich mal, verweichlicht ist und leichter durch Angst zu unterdrücken, weil nur wenn die Generation verweichlicht ist und wenn wir überhaupt gar keine Chance haben, den Mut aufzubringen, eine direkte Konfrontation zu riskieren in irgendeiner Form und ich meine nicht unbedingt Waffengewalt, ja, ja, oder selbst manchmal muss man auch Waffengewalt anwenden, ja, also ich meine, es kommt halt immer darauf an, wie weit die Schweine gehen und wie weit man alles mit sich machen lassen will oder nicht. Also es gibt da die verschiedensten Varianten. Zum einen habt ihr die amerikanischen Gangster, die sagen halt, ja, ist mir uns doch scheißegal, weg mit denen. Und dann gibt es halt die, ja, die Yoga-Leute, Ahimsa und so, die sagen, ja, ist egal, was die machen, ich lasse halt nichts, ich wehre mich nicht, ich lasse einfach alles geschehen. Und es ist seine Verantwortung, was er tut. Und dann gibt es aber auch noch eine ganze Menge dazwischen. Und, ja, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt gut ist, alles geschehen zu lassen, weil das ist auch eine New Age-Müge, ja, auch in Indien gab es Kriege und daher stammt der Yoga, ja, und es ist ganz normal, dass man eben seine Schlachten im Leben auszufechten hat und dass dann auch Schäden nicht unbedingt zu vermeiden sind. So, und das ist halt der Unterschied zwischen dem Kindergarten, in dem New Age-Kindergarten auch irgendwo, wo dann gesagt wird, ja, wir müssen alle immer nur friedlich sein, die Welt ist nie durch Shiva, Shakti, bla bla, ja, und der Realität, dass Shiva zum Beispiel ein Gotteschaos und der Zerstörung ist und das mal zu realisieren, was eigentlich das bedeutet, ja, dass da nicht nur unter Shiva irgendwie eine, irgendwie mal ein bisschen Chaos war, sondern da ist ein ganzes Reich gefallen ins Chaos und das ist gerade das, was hier passiert und dann gibt es halt die Gegenbewegung, die aber schwer rechts und und faschistisch ist und zum Teil auch dann wieder von der Elite beeinflusst wird und nicht unbedingt zum Guten hin, die dann eben versucht, das alles irgendwie trotzdem ordentlich zu halten, was aber auch nicht ganz funktioniert, womit allerdings die spiritualistische Bewegung, sage ich mal, oder eine Lehre auch des Yoga und so weiter, Ahimsa, also Gewaltfreiheit, auch irgendwo recht hat, ist, man darf sich auf gar keinen Fall in Mut und Hass reindrücken lassen, zumindest nicht auf Dauer, ich meine, jeder darf mal ausrasten, es ist besser, mal kurz Dampf abzulassen, als alles zu unterdrücken, aber man darf sich im entscheidenden Moment eben nicht durch Wut oder Hass leiten lassen, weil wenn der Moment eintritt, in dem ihr tatsächlich in Bedrängnis geratet und ihr werdet dann extrem wütend, habt ihr überhaupt gar keine Chance mehr, euch zu wehren. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, macht eine Patientenverfügung und verlasst so schnell wie möglich Europa. Ansonsten noch einen schönen Tag, macht's gut. So, was ich noch erwähnen wollte, nein, ich habe kein Geld für noch mehr Licht, ja, viele Menschen, die alternativ drauf sind, werden momentan schwer abgefuckt, querdenken.tv wurde gehackt, Joe Kreisel wurde eingeknastet und so, unter anderem noch ein Grund, warum ich das Thema jetzt auf jeden Fall bringe und euch noch mal darauf aufmerksam mache. Das mit Europa verlassen ist natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint, ihr könnt auch hier die Stellung halten, nur seid euch gewahr, dass die hier einen Krieg machen wollen und dass das auch ein richtiger Krieg wird, es sei, denn wir schaffen es tatsächlich irgendwie die daran zu hindern. Und dann wollte ich noch sagen, Patientenverfügung solltet ihr auf jeden Fall machen, ansonsten und oder Europa verlassen. Okay. Wenn euch meine Videos gefallen haben, wenn ihr sie interessant findet oder vielleicht auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert meinen Kanal so und gebt mir einen Daumen hoch und vielleicht irgendwas. Ist mir eigentlich auch egal, ich mache das auch so und trotzdem weiter. Ciao. bin Vehicle ということで, ich habe ein tonnes ,